Kaufe ich mir nun einen Drucker mit oder ohne Duplexfunktion? Um diese Frage zu beantworten, muss man natürlich erstmal wissen, was eine Duplexfunktion eigentlich ist. Wenn wir in unserem Shop das Wort Duplex verwenden, meinen wir damit den beidseitigen Druck. Das heißt, diese Drucker können ein Blatt Papier von beiden Seiten bedrucken, entweder gleichzeitig oder in zwei Schritten. Die Duplexfunktion kann Ihnen also jede Menge Zeit und einen ganz schönen Haufen Papier sparen. In unserem Shop führen wir zahlreiche Duplexdrucker, sowohl Laser- als auch Tintenstahldrucker. Um diese Drucker zu finden, wählen Sie einfach den entsprechenden Filter aus. Auch Multifunktionsgeräte können über eine Duplexfunktion verfügen und mit dieser sogar beidseitig kopieren, scannen oder faxen. Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen.